Sex, Games & Rock'n'Roll Dann kann man sich in-game nun seine Titel über den Mac-Anzeigenkarten lassen. Dafür geht ihr auf Home, das ist schon wieder eigentlich zu schnell gewesen, und wählt dann hier Titles aka Badges aus und könnt dann hier auswählen, was ihr genau wollt, was ihr angezeigt haben wollt, wenn ihr es denn freigespielt habt. Und ja, ziemlich simpel, ihr klickt es an, bestätigt, dass ihr es haben wollt und gut ist. Dann, bei Faction, bei Community Warfare, gibt es nun eine bessere Übersicht darüber, wo es sich lohnen würde, beizutreten. Wenn man so ganz normal auf einen Planeten draufklickt, hat man hier ganz normal die Planet-Info daneben, gibt es nur die Quai-Info nochmal genauer. Da sieht man nun, wie viele Gruppen gerade in der Warteschlange sind, bei den Angreifern sowie auch bei den Verteidigern. Und man sieht auch, wie voll diese Gruppen jeweils sind. Rechts in dem Fenster, ja, kleine Tabelle kann man sagen, wo ein kleiner gelber Balken ist, da ist ein Spieler in der Quai. Das war es dann allerdings auch. Mal irgendwie ein bisschen rumklicken, ob wir was finden mit mehr. Hier sehen wir, da sind noch ein paar wenige mehr, ist aber auch nicht so viel. Schade, ist gerade alles schon ziemlich voll und ausgelegen. Ah, hier sind es jetzt drei in der ersten Gruppe. Das heißt, es sind drei Spieler da, der Rest ist noch frei. Also seht ihr nochmal besser, wo es sich für euch lohnen würde, mit eurer Gruppe von, was weiß ich, drei Leuten, fünf Leuten oder zehn Leuten noch dazuzustoßen. Und gut ist. Dann gibt es einen Counter-Attack-Mode. Finde ich persönlich sehr geil. Weil, es war ja bis jetzt immer so, wenn man Counter-Attack hatte, dann war man halt einfach als Angreifer auf einmal Verteidiger und als Verteidiger auf einmal Angreifer. Jetzt ist es theoretisch zwar immer noch so, aber auf eine coolere Art und Weise. Nämlich, wenn man zuvor angegriffen hat, hat man nun die Mission zu verteidigen. Man hat ein mobiles Hauptquartier und das muss man vor der Zerstörung bewahren. War man zuvor der Verteidiger, startet man in seiner Base, die nun zerstört ist, die ist urteilig ausgeschützt, ist hinüber, die Defense Turrets sind hinüber. Und wenn man denn nun verteidigen möchte oder Counter-Attacken möchte, in diesem Fall also als Verteidiger den Angriff starten, muss man entweder alle Gegner vernichten oder aber das mobile Hauptquartier der Gegner zerstrotten. Finde ich eine sehr coole Lösung fürs Erste. Da dürfte man wohl Spaß mit haben. Ist auf jeden Fall etwas abwechslungsreicher, als wenn man als Counter-Attacker dann auf einmal den Planeten angreifen muss, den man eigentlich verteidigt. Und die Basis ist schon voll aufgebaut zum Tag, ehe wir alles ein bisschen wehren. Dann gibt es nun den Atlas S sowie den Centurion AH für Mac Credits. Also das, was man hier als speziellen Bonus bekommen hat, ist nun mit einem L dahinter versehen. Der Centurion AH L sowie der Atlas Wupp S in Klammern L. Die Standard-Varianten haben halt nicht das L dahinter, sie sind derzeit für Mac Credits verfügbar und ab dem 17. Februar gibt es die für Comstables. Der Miss Links ist nun für Comstables verfügbar und der Hellbringer für Mac Credits. Dann gibt es zwei neue Bundles im Store. Einmal, also diese Mastery-Packs, ihr erinnert euch. Dann gibt es einmal das Raven Mastery-Pack mit dem Hagen, dem 4X und dem 3L in der Champion-Variante. Also schon mal ziemlich cool, denn das Übliche dazu, es kommt alles mit einer Mac Bay und mit 30 Tagen Premium-Zeit und gegebenenfalls mit einer Statue, wenn es das denn gibt. Und das eigentlich immer zu einem adäquaten Preis. Es gibt auch das Shadowhawk Mastery-Pack, dabei dann mit dem Grey Death mitunter und dem 2H in der Champion-Variante sowie dem 2D2. Das übliche 3-Mac Bay, das die Tage Premium-Zeit und fertig ist die Laube. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das für so ein Mastery-Pack halt einfach ein ziemlich guter Preis ist, im Verhältnis gesehen auf jeden Fall zu allem, wenn man sich das so einzig kaufen würde, ist es nun mal einfach saumäßig gut, wer das haben will. Wer sowas überlegt, sich da was zu holen, der kann man eigentlich gedroht zuschlagen, kann man fast nichts mit verkehrt machen. Und dann gibt es noch eine Anpassung bei der Größe von den italienischen Waffen, nämlich die AC-10 sowie die AC-20, wurden in ihrer Größe ein bisschen angepasst. Sieht jetzt nicht mehr ganz so mini aus. Den AL habe ich glaube ich mit einer AC-10. Nope. Den 9A dann. Hier steckt eine AC-10 drin, die nun mal auch schon direkt größer aussieht, vor allem auch größer als zuvor die AC-20. Und im Yenlo habe ich die AC-20, die dann auf jeden Fall noch ein bisschen größer ist als die AC-10. Nicht übermäßig groß, nicht so wie dieser fette Lauf, aus dem der Arm eigentlich zuvor nur bestand, aber schon ausreichend groß, dass man denken kann, hopp, das Ding hat Bumms, mit dem will ich mich nicht unbedingt anlegen. Finde ich persönlich sehr gut gelöst, das Design gefällt mir auf jeden Fall. Und weiterführend gibt es einen neuen Champion-Mack, nämlich die Banshee 3M in der Champion-Variante. Ich bin aber noch nicht ganz schlüssig, ob ich das Ding gut heißen soll. AC-Effizienz liegt hier bei 1,07 mit einer Geschwindigkeit von 64,8, allerdings mit insgesamt 6 Large Pools-Lasers und XL-Engine. Ich weiß nicht, ob man das eingehen sollte. Das wirkt so ein bisschen zu krass. Da kann man nicht mit zwei Waffengruppen arbeiten. Vielleicht geht es im Chainfire klar, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber einen Alpha-Strike zum Beispiel sollte man damit nicht versuchen. Ich weiß nicht, ob der Champion so gut ist, irgendwie. Also wenn ich irgendwo noch eine 83er XL rumliegen habe, dann werde ich das auch wieder mal ausprobieren. Aber so viel ist es auf mich auf jeden Fall erstmal so eher semi-brauchbar. Naja, mal schauen, mal schauen. Wenn ich es irgendwie zusammenschrauben und testen kann, werde ich das auf jeden Fall nochmal die Tage machen. Dann gab es diverse Bugfixes. Volle Liste, wenn die Patchnodes fertig sind, kriegt ihr das natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, das Wichtigste meiner Meinung nach ist einmal, dass die Performance ein bisschen verbessert wurde bei den Flammen von Jumpjets und Raketen. Dann gibt es nicht mehr so krasse Einbrüche oder sowas. Und es gab diverse Text, Rendering, Grafik und Hängenbleiben-Bugfixes. Und das war es dann jetzt auch mit den Patchnodes. Also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Haut weg, bis die Tage mal. Es wird alsbald wieder ein Gameplay-Video folgen. Haut weg!